Alright Freunde, auf Smart starte ich jetzt schon den Timer, dann muss ich am Ende 5 Minuten weniger streamen. Easy clap. Warte mal, denken Leute, dass ich ein 23 Stunden Intro mache? Kurze Frage. Warte mal, wir machen die Couture mal hier weg, nicht, dass die Leute denken, ich streame erst in einer Stunde, äh, in einem Tag. Der wird nicht sterben. 100%ig wird der nicht sterben. Okay, ähm, ich will euch kurz eine Sprachnotiz zeigen, okay? Ich habe gerade mit Maxify geredet und bin währenddessen einfach gegen den Tisch gelaufen. Äh, doch Bro, kann ich sehr gerne machen. Ich, äh, würde nur eine Spiele machen. Oder ich gebe dir einfach mal die Nummer. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin halt so krank gegen den Tisch gelaufen. Oh Mann. Immer so ehrenlos, wenn sowas in der Sprachnotiz passiert, Digga.